Für das stesische Schaubänzler in Straubing, den Stiftungsvorsitzenden Christian Knutnik. Besondere Freunde bereitet uns immer die Teilnahme von Vertretern unserer Landsleute aus Stesien. Ich begrüße herzlich den Vorsitzenden der Sozial- und Touränengesellschaft der Deutschen in der Volkswirtschaft Stesien, Martin Lepard, mit seiner Handlung. Wir heißen auf zwei ganz hohe Dötenpräger herzlich willkommen, die beiden schlesiischen Träger, Lasio Sancho und Hans-Joachim Musiol. Wir begrüßen den Präsidenten des schlesischen Dreistätigen und Gemeindetages, Klaus Röhrwein. Und wir begrüßen die Unternehmer, Gerhard und Peter Henrich, die unser offizielles Presseorgan würden, die schlesischen Nachrichten. Ich möchte sagen, ein Muss für jeden Schleser. Herzlich willkommen. Und wer die schlesischen Nachrichten noch nicht hat, wir haben genügend Probenummern dabei. Der Bette, Sie bitte, kam ihn ein, lesen Sie die schlesischen Nachrichten. Ich kann Ihnen versichern, Sie werden sie lieben und hoffentlich auch abonnieren. Ich begrüße alle Vertreter der Presse, ob Blocker, ob Gründer oder Vertreter von Radio und Fernsehen und bitte um einen möglichen Ausdruck in die Berichterstattung dieses Zeit- und Setztes der Deutschlander. Und nun komme ich zur Bundesstütze. Ich begrüße unseren aktiven und allseits angesehenen Bundesvorsitzenden, Stefan Rauch mit seiner ganzen Vorstandsruhe. Die Namen der Vorstandsmitglieder habe ich gestern bekannt gegeben. Sie sind immer glücklich, Sie sind ehrenamtlich tätig und Sie sind mit für diesen großen Erfolg der Landwirtschaft verantwortlich, also auch der ganzen Vorstandschaft von dieser Seite aus. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und nun begrüße ich den Hauptorganisator dieses Vorstandsreffens, unser füchtigen Bundesbekämpfler, Daniel Schipfone. Ich begrüße nun alle Mitglieder, die gestern zum Beispiel der Vorstandsdinger geleitet haben. Sie haben sich bei mir als Ingrid und Aki vorgekriegt. Ich begrüße Sie hier in die Straße einiges langen, dann die Gruppen aus Schlesien, die uns so viel Freude gestern bereitet haben. Die Lufthin Dialog, die Namen aufzählen, die mitwährenden haben es verdient. Dialog aus Unlocken, Wahlnacht aus Schulen, und dann haben wir von Hattel, Silesia aus Ost-Massburg und dann haben unsere Krankengruppe hier zusammengefasst in der Arbeitsgemeinschaft der schlesischen Krankengruppen ebenfalls wunderbar zitiert. Ihr alle habt uns große Freude bereitet. Und für die Arbeit im Grünen kamen Sie die Vorsitzende Ulrike von Gürsten. Wir begrüßen Sie die große Musikkafelle im Vaginalsteuer und der Pfarrer Musiker von Gürsten, unser Reinkort von Thomas Schindler. Lieber Thomas, gestern im Nachmittag, im Kulturnachmittag, hat bei Helga Rundis Schäubleich das 6. Kantele bezeichnet. Wir alle können das nur beschädigen. Ja, meine Damen und Herren, ich grüße alle die Namen, die mich nicht erwähnt haben und noch mal Sie alle, meine lieben Landwirte, schön, dass Sie heute da sind. Sehr geehrte Ehrengeste, liebe schlesische Landwirte. Ein traurige, aber eine der vorliegenden Auftrag einer Begrüßung ist es, all der zu bedenken, die zu unserer großen schlesischen Familie gehörten und sich von der Kirche in die ewige Heimat und absolut genutzt. Wir trauern uns um unsere Toten und ich bitte Sie, sich von den Fetzen zu erinnern. Danke. 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 Danke.